Wir sprechen in Frage an den Autor mit Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes und drei, die sich mit einer Frage an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst vom Verlag, also von Westend, zugeschickt. Heute sind das Konrad Stelzer aus Rehlingen, Helmut Bill aus St. Wendel und Helmut Schirra aus Buß. Noch einen Anruf bitte. Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann kommt bei mir immer die Erkenntnis, sobald es uns das Thema Fußball gibt, wäre die Menschen total irrational. Ich habe mich letztens mit einem unterhalts, der ist eigentlich sehr sozial hingestellt, der ist, man könnte sagen, eigentlich fast kommunistisch in der Instellung und ist trotzdem Fan vom FC Bayern. Das passt absolut nicht zusammen. Wie sehen Sie das? Haben Sie dieselbe Erfahrung gemacht? Das sehe ich genauso und auch dieselben Erfahrungen mache ich da. Übrigens auch bei mir interessanterweise, denn sobald ein Spiel angepfiffen wird, nehmen wir mal ein Champions-League-Spiel oder ein Weltmeisterschaftsspiel, dann sind meine kritischen Hintergedanken auch von einem Moment auf den anderen wie weggeweht. Und ich erfreue mich an der Schönheit und der Spannung des Spiels. Das trifft aber auch für viele andere Sachen ja ganz genauso zu. Ich meine, ich höre zum Beispiel sehr gern Musik. Es gibt praktisch 99 Prozent aller Musik wird in höchst kapitalistischen und fragwürdigen Konzernen hergestellt. Und da ist dasselbe Star-Rummel, dieselben Riesengehälter für einige wenige und so weiter. Trotzdem höre ich natürlich dann gerne mal einen großen Star. Ja, natürlich. Gut, man muss das Ganze mit sich selbst a. ausmachen und b. Man muss natürlich versuchen, zumindest in seinem eigenen Rahmen ja auch dagegen dann vorzugehen und für bessere Verhältnisse zu sorgen. Ja, kann man über verschiedene Sachen machen. Ich habe beispielsweise das Buch geschrieben und damit jetzt meine Seele erleichtert, was Fußball angeht. Hören wir noch einen Anruf. Was sagen Sie diesen Managern, die nur wirtschaftliche Interessen haben? Kann man denen nicht auch mal die rote Karte zeigen? Ja, das kann man. Diejenigen, die das können, das sind die Fans bzw. die Vereinsmitglieder. Denn wir haben, vor allen Dingen, wenn wir mal den deutschen Fußball mit dem englischen Fußball vergleichen, haben wir in Deutschland zumindest in fast allen Klubs, die Wachs-Clubs lassen wir auch mal raus, aber der Rest der Klubs, da ist zumindest die Entscheidung, werden auf Vereinsebene getroffen. So ein Verein ist natürlich nun etwas grundsätzlich Demokratisches. Selbst früher ein Erhöhen ist jetzt ein Herr Rummenigge, müssen sich von den Mitgliedern des FC Bayern Münchens bestätigen lassen. So, wenn nun die Fans bzw. die Vereinsmitglieder eine grundsätzlich andere Sportpolitik sich wünschen, dann können sie das machen, indem sie sich beispielsweise mal zusammenschließen. Gibt es schon, selbstverständlich. Indem sie eine gemeinsame Strategie über die ganzen Bundesliga-Clubs verteilt, dort vorschlagen, ein Thesenpapier beispielsweise, und das auf Vereinsebene implementieren. Wenn denn mehr als 50 Prozent des gewissen Vereins eine bestimmte Sache haben wollen, dann kriegen sie das auch. Das ist das Gute. Noch, noch im deutschen Fußball, ich meine, diese Vereinsstruktur, die ist ja schon mächtig unter Beschuss geraten, was es im englischen Fußball gar nicht mehr gibt. Im englischen Fußball sind es Konzerne, die dort bestimmen, wo der Fan noch nicht mal indirekt mitzureden hat. Aber ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass gerade in England Protestclubs geradezu in Mode sind und dass es da auch ganz neue Vereine gibt, zum Beispiel einen, nicht Man U, sondern U-Men sozusagen, also einen Unionsverein in Manchester, der völlig anders funktioniert. FC United of Manchester, ja genau, das ist als Man U übernommen wurde von dieser Glazer-Familie und dem bis dato schuldenfreien Verein. Im Höhepunkt waren es 1,4 Milliarden Euro Schulden aufgelastet wurden, dafür, dass der Verein von dieser Familie übernommen wurde, wohlgemerkt. Hat bei den Fans, bei sehr vielen treuen Fans, haben sich dann zur Revolution entschieden und haben einfach ihren eigenen Verein gegründet. Dieser eigene Verein spielt, ich glaube, momentan ist es, glaube ich, in der vierten Liga, haben auf jeden Fall noch Ambitionen, vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben zu kommen. Dieser Verein ist in der Hand der Fans, alles wird dort von den Fans entschieden. Ganz interessantes Konzept, beispielsweise bei den Eintrittspreisen, dort zeigt jeder den Eintritt, den er für richtig hält und auf die Art und Weise nimmt der Verein mehr an Eintrittsgeldern ein als andere Vereine in der gleichen Liga. Und das sind sicherlich Konzepte, die auch eine große Zukunft haben. Sie schreiben irgendwo in Ihrem Buch, dass die Medien es schaffen, sozusagen Relevanz vorzutäuschen, indem man es immer bei jedem Spiel erzählt, das ist eigentlich jedes Spiel heutzutage ein Schicksalsspiel, entweder für den Trainer oder für irgendeinen Spieler oder für den Verein, der vielleicht pleite geht oder vielleicht in die nächste Liga aufsteigen muss. Wie funktioniert das eigentlich in den Medien? Sie sind ja selbst in den Medien zu Gange. Ja, wir haben natürlich das Problem, dass in Deutschland natürlich jetzt ein Spiel FC Bayern München gegen Schalke oder gegen Dortmund, das sind interessante Spiele, die auch einen Großteil der deutschen Fußballfans interessieren. Aber wenn jetzt beispielsweise Mainz gegen Darmstadt spielt, sagen wir mal ehrlich, das ist jetzt für den neutralen Fan, der mit keinen der beiden Klubs jetzt irgendwas zu tun hat, jetzt nicht so fürchterlich interessant. Da diese Spiele natürlich aber auch vermarktet werden müssen, denn es muss ja Geld hereinkommen in diese ganze Umverteilungsmaschinerie, muss aus dem Ganzen ein Event gemacht werden und da lassen sich die Medien natürlich auch gerne einspannen. Ich meine klar, die Medien, die es selber Fußball übertragen, für dieses Eigeninteresse, aber auch andere Zeitungen, Radiosender, Fernsehsender spielen da mit. Dort werden also aus Nebensächlichkeiten, werden durch diese Dramatisierung, ich meine, das Ganze ist ja eine PR-Strategie, werden dann Events gemacht, denen eine Bedeutung zugeschrieben wird, die sie ganz einfach nicht haben. Ich meine, wir alle, jeder Journalist muss ja versuchen, seinem Thema eine Bedeutung zu geben, habe ich bei dieser Sendung auch versucht. Übrigens kam gerade eine Mail aus Erfurt von einem Fußballgegner, der sagt, wir hätten es geschafft, dass er bis jetzt zugehört hat. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich meine, ich gucke auch öfters die Sportschau, die machen das schon irgendwo richtig gut, wie sie aus dem langweiligsten Spiel ein hochdramatisches Ereignis stilisieren, indem sie da irgendeine Feindschaft finden zwischen irgendeinem Trainer und einem ehemaligen Spieler oder so. Das muss man ja erst mal können, ne? Ja klar, und alle, der komplette Trickkasten kommt da zum Einsatz, kurze Schnitte, gut gegen böse, beziehungsweise David gegen Goliath wird stilisiert, das Ganze noch mit dramatischer Musik hinterlegt. Das ist natürlich schon eine hohe Kunst, das ist klar. Jetzt lassen Sie uns doch gegen Ende der Sendezeit noch ein bisschen zusammenfassen, was man tun könnte. Die Fans haben wir schon erwähnt, auch neue Alternativvereine vielleicht. Gibt es denn, obwohl Sie vorhin schon gesagt haben, vieles kann man von den USA nicht auf Europa übertragen und so weiter, aber gibt es Ansätze, was man tun könnte, um diese totale Kommerzialisierung zumindest abzuschwächen? Gibt es, gibt es. Das Problem ist bloß, dass das Ganze natürlich von den Vereinen selbst kommen muss, beziehungsweise von den Fans der Vereine über die Vereinsebene umgesetzt werden muss. Als allererstes ist das die Verteilung der TV-Gelder. Also anders als bei den Merchandising oder Werbeeinnahmen ist das eigentlich der einzige Punkt, wo man wirklich, wo die Vereine einen demokratischen Hebel drauf haben. Ich meine, gut, es ist auch diese, in der neoliberalen Gesellschaft ist es bei uns verankert, dass der Starke auch mehr bekommt, dass der Erfolgreiche mehr bekommt als der Nicht-Erfolgreiche. Aber warum eigentlich? Die Frage muss man da auch mal stellen. Warum bekommt beispielsweise nicht ein Bundesliga-Club, der nicht erfolgreich ist, mehr Geld aus dem TV-Topf als derjenige, der erfolgreich ist? Denn derjenige, der erfolgreich ist, erzieht auf anderen Ebenen schon höhere Einnahmen. Es gibt ja das Handicap im Golf oder so. Genau, richtig, richtig, richtig. Ich habe es im Buch so verglichen, es ist so, als ob man Usain Bolt, den jamaikanischen Weltklasse-Sprinter, gegen irgendein Nachwuchstalent antreten lassen würde. Und nicht Usain Bolt, sondern das Nachwuchstalent, das kriegt zusätzlich noch einen Rucksack mit 10 Kilo Gewicht auf dem Rücken. So, diese Situation haben wir momentan. Und im Sinne eines spannenderen Sportes, eines interessanteren Sportes, sollten wir eigentlich Interesse daran haben, dass die Verteilung der Stärke, dass die gerechter ausfällt. Und das geht nur über den Hebel des Geldes. Und da ist die Verteilung der TV-Annahmen, denke ich mal, ist da der Hebel, der auch am wahrscheinlichsten ist, beziehungsweise der ohne großartige Reglementstrukturen möglich wäre. Aber auch da sind wir mal realistisch. In der DFL haben so eine Vereine wie Bayern München natürlich de facto das sagen. Und die haben nicht das kränkeste Interesse daran, dass die selber geschwächt werden. Kommt das Argument, dann können wir auf europäischer Ebene nicht mehr die Champions League gewinnen. Und das ist doch toll für alle deutschen Fans. Nee, ist es nicht. Ich meine, es ist schon schön, natürlich, wenn ein deutscher Verein jetzt die Champions League holt. Bloß das Problem der Münchner Bayern ist, dass das Hand in Hand geht mit der Schwäche der anderen Bundesliga-Klubs. Und die haben dann auf internationaler Ebene erst recht keine Chance mehr. Wie wir übrigens für Fußballinteressierte werden das sicherlich wissen, dass bei der Europa League, dem alten UEFA Cup, deutsche Klubs schon lange gar keine Rolle mehr spielen. Und das ist eine Folge dessen. In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio war das heute Morgen Jens Berger zu seinem Buch Der Kick des Geldes oder wie unser Fußball verkauft wird, erschienen im Westend Verlag 1799. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch als Podcast im Internet. Können Sie sich dann runterladen, speichern, nochmal in aller Ruhe anhören, auch weiterempfehlen übrigens. In unserem Klassiker-Podcast-Angebot empfehle ich Ihnen eine Sendung von 2010 nochmal anzuhören. Daniel Germann, Milliarden-Business-Sport, wer kassiert, wer verliert. Die Diskussion hat schon vor der Sendung begonnen im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 vergleicht das Konzert. Und nächsten Sonntag haben wir ein schwieriges politisches Thema. Dr. Eva Schweitzer, Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren. Es geht auch um Dinge wie das Abhören der deutschen Kanzlerin. Es geht um Milliardenverluste, dadurch, dass Wirtschaftsspionage betrieben wird durch Geheimdienste. Es geht aber auch um die Kriegspropaganda, die man immer mehr erlebt und die uns in immer mehr Kriege zu treiben versucht. All das ist nicht wirklich neu. Das gab es beim Ersten Weltkrieg schon. Das gab es auch schon im Mittelalter und so weiter. Aber man muss sich jetzt doch fragen, warum wir uns das auf Dauer gefallen lassen, vor allen Dingen, wenn die Propaganda immer in eine Richtung geht, nämlich uns an die Front zu schicken, und andere halten sich dann vielleicht vornehm zurück. Das also am kommenden Sonntag. Schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.